So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Final Fantasy Crystal Chronicles, ich muss jetzt den Timer nochmal anschalten, damit ich das nicht vergesse, folgendermaßen, und zwar Final Fantasy Crystal Chronicles geht weiter, das bedeutet, ich habe auch richtig Bock da drauf, nur nicht mehr in diesem Format, wie es bis jetzt gelaufen ist, beim letzten Mal waren wir mit der Hino unterwegs, ich habe mit den Leuten gesprochen und gemerkt, wenn ich vier Charaktere zeitgleich leveln möchte, dann wird mir das aber zu lange, das bedeutet, das dauert viel zu lange, alle Charaktere gleich aufzuleveln, bedeutet, wenn ich mit dem, mit dem Sascha, eine Stunde Aufnahme mache, dann müsste ich theoretischerweise mit jedem den Dungeon auch nochmal abfarmen, die Dungeon dauern ungefähr 30 bis 40 Minuten, dann grase ich die Dungeons alle nochmal so ein bisschen ab, um alle Artefakte zu bekommen, das bedeutet, ein Dungeon wird ungefähr drei bis viermal gefarmt, rechne dann ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden Spielzeit und das dann natürlich mit jedem Charakter, mit allen Vieren, das wären dann acht Stunden Spielzeit für ein Kackvideo und da muss ich sagen, das wird ein bisschen zu viel, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das nur noch mit einem Charakter erstmal und das war's. So, wir haben jetzt den Kelch ein Drittel gefüllt, hier hinten geht's weiter, zu einem unbekannten Mismar-Strom, alles klar, ich verstehe. Ähm, ich weiß auch, wo es als nächstes hingehen könnte, die Frage ist, möchte ich das? Konal-Kurash, hab ich das schon? Ne, das mache ich einfach mal das da, warum eigentlich nicht? Gucken wir mal, ob wir das schon haben, wenn nicht, nehme ich das jetzt einfach mal mit. Hier kommt noch nicht. Hier kommt noch nicht. in search of a new haven. Here they built bridges over the swamp and at long last reached the other side. But once there, they found no land to call home. The Sumpf of Conal Courage. Yes, we have not yet. Then we will. Music is not bad. Phoenixfeder, do I have some... The Ice-Ring, I think. I don't believe that I'm here with ice right. So, now I'll see how I get here a bit. There are probably some people out there. Now, come. Now I'm going to focus on the Gameplay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ich habe das dann langsam wieder drin. Oder ich habe das einfach damals so lange gespielt, dass ich nicht lange brauche, mich reinzufinden. Aber jetzt, wo ich wieder habe, ist ja alles wunderbar. So, okay. Den Dungeon nehme ich mal mit. Dann das abschließende Jahr. Ich finde es eigentlich immer eine coole Idee, das Jahr mitzunehmen. Oh, das ist super. Oh, Feuer ist gut. Oh, du Ratte. Weißt du was? Komm. Ja, gegen Eis sind sie in der... Wie heißt es? Sind sie resistent? Na, nicht alle. Wollen wir mal gucken. Erst mal gucken, was wir so kriegen, ne? Und dann machen wir hier weiter. Supi. Warte mal, kann ich hier eigentlich... Nein, schade. Schade, es wäre so schön gewesen. Mensch, einfach... Oha. Boah, da muss man aufpassen, dann kann der mich auch verliebt, ne? So. Ähm. Jo, warum ich nicht mehr GameCube-Titel aufnehme oder Konsolentitel? Generell liegt einfach daran, dass ich mir aktuell noch keine Capture-Card geholt habe. Und bei diesen alten brauchst du so, oder bei diesen älteren brauchst du noch mehr als einen Video-Grabber. Der Video-Grabber lässt die Qualität allerdings relativ ungepusht. Und das bedeutet, es bringt mich wirklich viel. Von daher, ähm, habe ich mir gedacht, nimmst du mal Final Fantasy, das ist soweit auch okay. Aber ansonsten, ähm, die anderen Spiele, die brauchen alles. Und ich weiß ja schon, was ich mir hole. Es ist aktuell nur gerade schwierig, das Zeug zu bestellen, weil es auch ein bisschen, ähm, mit Lieferzeiten zu tun hat. Und vor allem frage ich mich halt auch, möchte ich das denn überhaupt? Oder reicht mir das, wie es aktuell läuft? So, ähm, da hinten komme ich da rein. Finde ich da irgendwie... Okay, da komme ich schon aber nicht hin. Obwohl ich das nicht weiß. Das muss doch schon da irgendwie hin. Na, Eis. Zweimal Eis ist eigentlich ganz cool, da kann ich Eisra machen. Die Frage ist, wenn das hier alles so Eismonster sind, dann bringt das nicht ganz so viel. Weil ich einfach, ähm... Ja, es ist schwierig. Weil die alle Resistenzen haben. Da bringt mir auch der mächtigste Eis zauber nichts. Von daher gucke ich einfach mal, dass ich vielleicht Feuer kriege. Ich glaube, gegen Feuer sind die richtig allergisch. Nicht mal was gucken. Oh, diese Kamera. Das ist grausam. Aber ich glaube, den meisten Schaden mache ich jetzt aktuell eh mit Schaden. Äh, mit dem Schwert. Ich habe eigentlich auch aktuell gute Werte, die mich zum Ende bringen. Deswegen mal gucken, wie ich weitermache. Ja. Ich werde hier das Gefarmeln von diesen Artefakten und allem drum und dran halt raussetzen. Und von daher, ähm... Dachte ich mir einfach... Na, das ist ganz gut. Schreiben wir super auf. So, jetzt haben wir hier Obstkern. Sternenmöhre. Weizenkorn. Das ist alles nicht so geil. Ich will aber auch nicht ohne Plan hier rein. Aber ich habe keinen Plan. Also ich bin nicht die ganze Zeit hier gefahren. Oh, Heldenwaffe. Äh, das ist jetzt die Frage, was ist besser, Heldenwaffe oder legendäre Waffe? Müsste ich eigentlich mal gucken. Mache ich nach dem Part mal, wenn ich weiß, was es bringt. Super. Eine Donnerkugel. Oh, das ist auch ein schönes... Mit dem Alter, was geht denn hier an? Also die ersten Dungeons, wenn ich mal so mit diesen Dungeons hier vergleiche, oder mit diesen Gebieten, da hat man dann schon ordentlich was zu tun. Das... Hier kriegt man nichts geschenkt. Ich würde natürlich gerne gucken, ob ich hier das Mokri-Haus finde. Aber ich glaube nicht. Sollte mich aber auf der anderen Seite auch mal ein bisschen heilen. Warte mal, von da kam ich doch, ich Idiot. Bei diesem Spiel, das ist grausam. Mein Orientierungsvermögen ist für den Arsch, das ist aber kein Geheimnis. Blub, 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 blub. Sind das Fische? Ich will nicht mehr tragen. Guck, ach nee. Ja, der zeigt mir jetzt, dass ich im Kreis laufe. Es geht aber nicht darum, um im Kreis zu laufen. Es geht darum, den Dungeon komplett... Also das Gebiet mal komplett zu erkunden. Und einfach dann... Genau, wenn ich nämlich jetzt weitergelaufen wäre, hätte ich die Tor hier verpasst. Und diese leckere Klingelkirsche. Guck mal, Mitrilplatte habe ich aber schon. So, Kupo, kannst du das Zeug wieder nehmen? Mit Trilplatte müsste das Schild sein, was ich aktuell trage. Oh, du kleiner Biber. Keine Ahnung, was das ist. Mit Eichhörnchen. Vielleicht den Justin schon wieder in den Kommentaren. Na komm. Aufmachen. Nehmen. Mit Trilhaube. Das ist was für die Sakura, theoretisch. Aber die Charaktere habe ich ja jetzt alle vorerst mal aufgegeben. Einfach aus zeittechnischen Gründen. Nicht, weil ich keine Lust habe oder so. Aber... Ähm... Es hatte nicht den gewünschten Effekt. Deswegen habe ich... Tue ich mich jetzt auch nicht so wirklich schwer drum, diese Charaktere aufzugeben. Das Problem hier ist, du hast, theoretisch findest du hier keine richtigen Karten. Deswegen ist es ein bisschen schwierig und du kannst dich halt echt schnell verlaufen. Du weg. Du weg. So. Acht Gil, das ist ja fast gar nichts. Zehn Gil. Also reich wird mir hier auf keinen Fall. Das ist kein Dungeon, wo ich sagen würde, okay, hier kannst du aber fett abfahren. Aber gut, wie sollen Pflanzen dann auch großartig Geld droppen? Das verstehe ich natürlich auf der einen Seite auch, ne? Geht's hier weiter? Geht's hier raus? Ich will jetzt nicht hier irgendwie zur Weltkarte raus, weil ich hier irgendwie falsch laufe. Hier war ich schon. Okay. Dann komm mal mit Kupo. Kupo Lupo. So richtig auf die Zeit werde ich heute oder beziehungsweise hier in dem Spiel einfach nicht achten, weil ich kein... Ich will nicht mehr irgendwas fragen, Kupo. Weil ich einfach, wie heißt's, keine Lust habe, einen Dungeon 2 zu entfahren. Und das bedeutet, wenn der Ranginal 40 Minuten dauert, dauert er 40 Minuten. Wenn er 50 Minuten dauert, dauert er 50 Minuten. Wenn er nur 30 Minuten dauert, dann ist super. Von daher passt das schon. So. Für die ganz Interessenten hab ich mal... Wie gesagt, schon mal gesagt, einen neuen Endstone gebastelt. Und da bin ich dann einfach mal gespannt. Ja, aktuell spiel ich ganz viel mit OBS herum. Heute spiel ich mir das nicht kaputt, dass das so viele Features enthält, dass es permanent abkackt. Aber eigentlich sind es eigentlich nur Videodaten, Browsersourcen und Kleinigkeiten. Die sollten mit OBS eigentlich kein Problem haben. So, hier geht's weiter. Hier gibt es glaube ich auch einen Gegner, der richtig assi ist. Der entweder lange braucht oder richtige Vorbereitung. Hier gibt's nämlich auch, wie bei... Wie das Problem, was der Hino beim letzten Mal hatte. Einen Zombie-Drachen. Der eigentlich eher so ein Geisterdrache ist. Den man mit Engel, glaube ich, wiederbeleben muss. Und dann kann der halt mal ordentlich auf die Schnauze kommen. Alles andere ist halt vergebene Lüge zu mir. Der einfach... Alles andere da frisst halt einfach unendlich Schaden. Oder du machst halt kaum Schaden an dem. Das ist das Problem, glaube ich. Ja, glaube ich, das Problem, dass er immer Trient ist. Oh! Na komm, macht eure Zauber. Na komm, das passt schon. Okay. Wenn du jetzt einen... 1-Bump dropst, wäre das super. Aber... Macht er nicht. Okay. Schade, schade, schade. B. Lesen. Die antike Schrift der Selkis. Kann leider nicht gelesen werden. Ah, das wäre eigentlich... Ich glaube, hier haben die Selkis mal gewohnt. Die Hinos sozusagen. Die Rasse der Hinos. Oder zumindest vor 40.000 Jahren. Da steht irgendwas drin. Muss ich mal im Netz gucken. Oder ich muss mir der Hino hier nochmal kurzzeitig rein. Um das mal zu lesen. Was da steht. Aber ich glaube, eigentlich nur so Kleinigkeiten. Zum Beispiel Tipps, um den Gegner zu besinnen. Aber das haben wir ja im Dungeon davor ja auch schon gehabt. So was ähnliches. Und dann gucken wir uns den Gegner einfach mal an. Und gucken, was das Spiel uns da an Zaubermöglichkeiten aktuell mit auf den Weg gibt. Weil wir können ja nicht entscheiden, was wir Zauber nicht kriegen. Wir können ja gucken, was für Zaubersteine wir haben. Was für Zaubersteine wir haben. Und diesbezüglich können wir dann auch nur mit den Zaubern zwar herumspielen. Aber auch nur mit dem begrenzten Rahmen. Oh, zwei Wege. Oben oder unten. Ich hab schon wieder einen Vita bekommen. Einer reicht doch eigentlich. Weiß. Okay. Das ist ein cooler Sumpf an sich. Vielleicht ein bisschen verwirrend. Aber ich versuche hier alles mitzunehmen. Ah, zwei Herzchen. Unser Sascha Tank. Der macht das schon. Da hab ich nur nicht vergessen zurückzulaufen. Aber das macht nix. Also wenn ich mal was vergessen sollte, dann ist das halt so. Artefakt edelreif. Supi. Ah, da fällt mir was ein. Wo ist denn jetzt meine Final Fantasy Liste? Wo hab ich die denn hingestopft? Ich Idiot. Ah, hier. Unter dem Klemmbrett. So. Jetzt brauche ich nicht mehr eine Liste. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch andere. Oder will ich wirklich alle Tingsbums farmen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das brauche. Ähm, aktuell bin ich von den Werten, die mein Charakter hat, eigentlich stark genug. Um, ähm, wie heißt es, um eigentlich jetzt schon so Richtung Endgame zu gehen. Allerdings möchte ich natürlich so viel mitnehmen wie möglich. Das ist ja wohl klar. Ah, das wäre ein schönes Action Attack gewesen. Ja. Können ja jetzt wie die hier nur auch piu piu machen. Piu 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 piu. Aber. Ja. Manchmal vergesse ich das. Ich muss mir das verteidigen mal ein bisschen. Da muss ich mal ein bisschen üben. Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. Das habe ich nie benutzt, wirklich. Als ich das durchgespielt habe als Kind habe ich das nie benutzt. Weil ich einfach mich einfach mit Vita wieder vollgehalten habe. Und von daher braucht man das relativ selten. Man sollte schon ein bisschen Verteidigung haben, das ist klar. Schade, dass sie keine... Ein Krötenfett. 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 Ich weiß gar nicht, wofür man das braucht. Hier ist es, glaube ich, bei sowas ist es einfach besser auszuweichen. So, werde ich jetzt hier ein neues Gebiet reinkommen oder einfach nur einen Weg entlang gehen? Wollen wir mal reingehen gucken, was man hier zu tun hat. Aber aktuell... Kann ich eigentlich nicht mehr sagen. Solange die mit ihren Zauern beschäftigt sind, ist das eigentlich gar kein Problem. Wo ist das Vieh? Hier auf der linken Seite ist das. Ich wusste, dass es eine Blume ist. Sonst wäre das Vieh mir so bis zu einem gewissen Grad hinterher gelaufen. Aber... Das konnte es nicht. Super. Hier geht es nicht oder noch nicht weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich dieser Dungeon auch entwickeln wird. Jeder Dungeon hat ja mindestens zwei Phasen. Das bedeutet, wenn du halt in dem Spiel zu lange herumgewülzt, was ich wahrscheinlich schon so ein bisschen vorhabe, weil ich ja pro Run nur ein... Ob rufen? Ja, natürlich kriegen wir das Loch. Das ist ein Muckri-Haus. Dödo-Dödo-Dödo-Dödo-Dö-Dödo-Dö-Dö-Dö-Dö. Äh, richtig! Stempel! Dann gibt es einen weiteren Stempel! Kupo! Ja, super! Natürlich! Du kriegst jetzt erstmal ein bisschen waschen. Wir machen es nur so ein bisschen. Wundervoll, Kupo! Das ist super. Bist ja schon fast sauber. Aber komm. Na? Zeug von der Dämonenstätte ist noch bei dir. Mein Bursch, das ist nicht so toll. Nee, nee, das kann man nicht machen. So, ein bisschen stutzen. Wir wollen ja nicht, dass du aussiehst. Wie unterm Sofa. Und jetzt wollen wir nicht mal rot färben. Oh, das ist eine schöne Farbe. Nicht schlecht. So, und wir müssen mal gucken, wie ich das mache. Was natürlich auch ganz cool wäre, ist diese Pflegeeinheiten vielleicht zu skippen. So, dass ich... Ich muss es sowieso nochmal bearbeiten, das Video. Von daher kann ich mir auch sagen, okay, so ein Scheiß kann ich auch vielleicht mal 2 oder so mal 3 machen. also mit dem Speed her, um ein bisschen Zeit zu sparen, aber ich sag ganz ehrlich eigentlich hat er es sich verdient ich mein, guck mal, der hält uns, gut, manchmal geht er einem auf den Nerv, das ist klar, aber er hat sich immerhin freiwillig angeboten, uns zu begleiten und die Dingsbums na guck mal, da freut er sich, ist er wieder rot ist er wieder farbenfroh, das ist super auf jeden Fall hat er sich freiwillig dazu bereit erklärt sich, also uns zu folgen und dementsprechend sich auch in Gefahr zu begeben obwohl er eigentlich keine Gefahr kriegt von daher das ist schon in Ordnung wenn er mal ein bisschen Zeit kriegt, ich mein, das ist eine Minute machen wir den wieder rot und dann ist er wieder schön und dann ist er wieder hübsch und dann können die in die Ladies wieder knördeln Alter, bei diesem bei diesem ganzen Sprühdosen Zeug müsste der doch schon längst erstickt sein das ist übrigens umweltfreundliches Sprühzeug also Sprühfarbe die hat nichts mit Treibhaus, Treibgas oder so zu tun daher überleben die das auch gut, dann haben wir das auch geht's hier noch weiter nein hier gibt's nur das Mokri-Haus oh, dann haben wir das auch das ist schon mal super ähm ich fiel immer noch so ein bisschen auf den Timer aber eigentlich oh, ich vergesse immer warte mal ne, mir fehlt Sanktus mindestens jetzt hätte ich geguckt ob ich irgendwelche Statuszauber machen kann kann ich aber nicht hier geht's auch nicht weiter geht's hier weiter nein gut super, dann haben wir den Weg auch schon abgegrast wunderschön und gehen wir hier ran nach da runter ich brauche mir noch ein bisschen Stärke ich glaube jetzt gehe ich jetzt bastle ich mal ein bisschen auf Stärke und gucke einfach mal ob die ähm so was passt denn hier hier geht's auch weiter ich muss mir echt mal angucken was das alles für Sachen sind die, was sie bewirken dass ich mir mal im Offscreen-Part einfach mal wenn ich mich um das Spiel kümmer mich mal ein bisschen ausrüste weil ich hab das Gefühl hier kriegt man richtig viele Schatz-Truhen das ist echt nice also super komm warum bist du denn so langsam ich hab dich auch extra frisch gemacht mein Bursch so, Mithril-Panzer ja, das haben wir ja alles schon, ne oh, haben wir denn hier ausrüsten nein, Artefakte nein oh, wir haben aber schon viel Hohenschwert Mithril Mithril-Rüstung und Mithril-Schild das bedeutet wir brauchen alles was Mithril-Sachen gibt eigentlich gar nicht mehr das ist super Unterstützung die brauche ich mal lieber auf jeden Fall und das meine ich nicht mehr ironisch von dem kleinen Gnom kann ich auch nicht mehr warten da kann ich jetzt nicht viel machen oh, komm schon ja, die Hino kann das besser die schießt zweimal aber okay, Sanitas ist wunderbar so, wollen wir mal gucken was Sanitas bewirkt Sanitas Zauber, der alles Zauber, Zustandsveränderung aufhebt okay, das müssen wir uns mal bemerken also Zustandsveränderung ist an sich nicht so tragisch hier, weil die echt nicht so lange halten aber wenn wir gegen Endos kämpfen sollte man vielleicht schon mal gucken, dass wir genug dabei haben um uns um den Drachen vielleicht ein bisschen ähm, ja, jetzt ein bisschen anfälliger für Schaden zu machen oh, Feuer ist gut zweimal Feuer ist immer super ja ich glaube, ich müsste diesen einen Weg nochmal komplett zurückgehen und die obere Scholle nehmen die Frage ist allerdings macht das Sinn ja, doch, könnte eigentlich weil ich bin ja hier jetzt sowieso wieder zurück puh ich glaube, für diesen Dungeon sollte man sich beim Farmen von Gebieten also beim Farmen von Artefakten bei denen hier benutzen möchte ist ja immer unterschiedlich jeder Dungeon oder jedes Gebiet droppt ja spezifisch einen gewissen Pot an Artefakten das bedeutet äh, wenn du ständig nur einen abgrast oder nur fünf oder so dann wirst du niemals alle bekommen oh, gerade jetzt ich meine, du darfst es mal absetzen habe ich kein Problem damit aber doch nicht jetzt wo dein neues Gebiet reinkommen du brauchst mir nicht zu helfen dein Feuer kannst dir sparen komm, mit deinem hier ja, toll man Bubi okay hier geht's noch nicht weiter ich verstehe ich verstehe ähm, das ist wenn der Dungeon sich erweitert also das Gebiet sich erweitert komm, ich ich bleib einfach bei Dungeon komm, fertig drauf geschissen ist jetzt auch egal wie ich das nenne oder nicht auf jeden Fall wenn der Dungeon sich ähm wie heißt's entwickelt hat dann geht's rund dann sind die äh, dann sind die Stege bestimmt anwesend ja, ich weiß dass wir hier schon gewesen sind aber was soll ich denn anderes machen so ich muss was trinken ich muss den Kelch sowieso nehmen da bin ich langsam von daher kann ich mich auch ums leibliche Wohl kümmern schön, dass du den Kelch wieder nehmen kannst so, jetzt guck ich mal ob ich hier irgendwas gefunden gefunden habe ne, hier runter ging's nur zu dem Dingsbox ne genau, hier runter ging's nur dahin okay ähm ja es wär so super wenn es irgendwo eine Seite gibt wo man sich diese Gebiete alle markieren kann fand ich bei Gothic 2 einfach super du hast zwar genauso wie hier nichts gesagt bekommen wo du lang musst das war an sich ja auch in Ordnung aber du hattest ne Karte ich hab sogar bei Gothic 1 die ähm Sonder Edition wo du wirklich dann auch ne Stoffkarte bekommen hast glaub ich oder so ne Karte auf Pergamentpapier von der alten Kolonie um ein bisschen aus einem anderen Spiel zu ähm quatschen und ich hatte mir damals sogar die Mühe gemacht die Karte von Gothic 2 auszudrucken aber wenn du halt einfach jederzeit auf die Karte gucken kannst und weißt wo du hinlaufen musst dann brauchst du das eigentlich nicht okay ich bin nach gerade ausgegangen also ich bin gerade ausgegangen dann bin ich oha jetzt aber war doch klar dass das nicht oh nein du vereist mich noch bin ich mal gespannt was für ein Gegner uns hier erwartet Elfenwappen gut das sind ja alles nur Leihgegenstände von daher ist es ja sowieso relativ egal warum ist das hier kann ich das irgendwie anpeilen gut dann nicht ich dachte das wäre irgendwas aber ist nur ähm Stilmittel na gut hier oben von da rechts kam ich nach oben war nur ich will nicht sagen es war sinnlos es war immer ein Artefakt und hier komme ich wahrscheinlich äh genau hier war nur ich weiß dass du nicht mehr tragen willst aber was soll ich tun ich hab hier alles abgegrast jetzt muss ich wieder zurück jetzt können wir das Ganze hinter uns lassen ich werde hier so häufig rumirren das kann ich euch jetzt schon sagen könnt ihr doch auf eine lange Part oder eine lange Premiere einstellen ich kann die Kälte wieder nehmen Koko das ist aber logisch warte mal hier unten war ich doch auch schon da muss ich einfach wieder komplett zurück kompletti paletti so das bedeutet irgendwie auf die linke Seite komplett ja das ist das nervige an diesen Dungeons wenn du alles abgrasen musst musst du permanent hin und her rennen aber das Problem an diesem kleinen Koko ist wie im letzten Part schon beschrieben für die Leute die sich die Playlist angucken da werde ich mich wiederholen für die Leute die nur ganz kurz da reinschauen für die wird das ähm ja aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wird das dann nicht ganz so neu sein aber ich wiederhole mich gerne es ist einfach nervig weil du warte mal war ich da von rechts schon hier ja ne ich meine hier war ich schon gewesen ja hier bin ich schon gewesen hier gab es nur eine Schatztrohe okay Entschuldigung da war ich gerade im Kommentariat geistig abwesend ähm wie gesagt der Kleine ist halt so programmiert wenn du halt den Weg langläufst und den gleichen Weg wieder zurückläufst hat er keine Lust mehr das Ding zu tragen dementsprechend rollt er halt auch ein bisschen rum aber bei diesen größeren Dungeons ist das leider der Fall daher habe ich so das Gefühl dass das vielleicht nicht mit berücksichtigt wurde ja kannst du dich mal bitte entscheiden kleiner Kuppo entweder nimmst du den jetzt oder du nimmst sie nicht entweder du bist jetzt still oder nee komm das lassen wir machen keine Gewalt gegen Tiere keine sinnlose gut definiere sinnlos und nicht sinnlos sinnlos du sollst deine Tiere nicht kloppen und schlagen oder sonst was wenn du deinem Hund aber mal wenn er was böses gemacht hat ins Ohr kneifst dann ist das aber auch keine Gewalt dann ist das eine Erziehungspethode die der Hund aber auch versteht von daher definiere definiere erstmal Gewalt gegen Tiere also keine Grausamkeiten gegen Tiere fertig das kann man das ist ein Standpunkt den ich so vertrete auf der anderen Seite wenn ich zum Beispiel hatte ich auch schon mal diese typische Katzen Story wenn du wirklich so eine Arschlochkatze hast wirklich so eine Arschlochkatze eine richtig gemeine dreckige Arschlochkatze die kommt setzt sich zu dir du willst dich bewegen und die kratzt und beißt und hast nicht gesehen du hast einfach denkt hier du hast dich zu bewegen wie ich will da fliegt die da fliegt die schon mal vom Schoß runter das ist aber logisch ja man muss sich von Tieren nichts gefallen lassen aber sinnlos ärgern muss auch nicht sein nein da bin ich wieder zurückgelaufen boah ich Idiot das war jetzt nicht so schlau gut dann habe ich diesen Abschnitt aber jetzt auch wirklich 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 abgegraft wirklich 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 super das meine ich der Dungeon kann verwirrend sein ist auch verwirrend kann ich hier weiter das sieht so aus muss ich hier lang soll ich hier lang will ich hier lang da steht wieder irgendein Hinweis kann ich natürlich nicht lesen aber das macht ja nix okay ich laufe ich weiß ich laufe wieder zurück aber ich glaube ich habe diesen Abschnitt aber auch fertig so jetzt würde ich hier oben nochmal lang gucken bevor ich nach rechts wieder in die andere Ebene auf die östliche seite des Dungeons laufe gehe ich nochmal hier hoch und nein ich weiß dass ich bei diesem Boot stehe da steht wieder was ich weiß dass ich von hier aus komme das habe ich mir gemerkt ganz so vertrottelt bin ich auch nicht nur manchmal ein bisschen vielleicht ah hier guck das schau so wunderschön haben wir dann auch so du willst mit dem Schuss in den Rücken so super dann weiß ich dass wir noch nicht waren das ist immer super so Donnerkugel ein bisschen Money das ist immer ganz gut auch wenn es nur wenig ist klein viel macht auch Mist okay hier war wir schon dann gehe ich mal hier lang hier scheint ich noch nicht gewesen zu sein super wie du willst nicht mehr tragen auf dem falschen Weg irgendeinen Weg zurück ich bin mir relativ sicher dass ich das hier noch nicht hatte na komm das ist so nervig jetzt wisst ihr dass dieses spiel als kind eigentlich grausam war vor allem wenn die eltern immer gesagt haben du darfst nicht so lange spielen deswegen war dieses spiel spielen war schon für mich so ein bisschen besonders gerade weil die dungeon hat immer zu ende hin sehr lang wurden und da hast du dann halt schon zweimal überlegt okay möchte ich jetzt die stunde oder die zwei stunden die ich am tag spielen durfte an der gamecube bin ich die jetzt in final fantasy stecken oder sage ich das wird so ein typisches ferienspiel ferien und wochenende da durfte man auch mal länger spielen so war das bei mir zumindest ansonsten war das immer auf eine Stunde oder zwei begrenzt aber in der regel musste ich meine zeit dann schon so ein bisschen einteilen gameboy konsole gameboy war noch konnte ich noch ein bisschen mehr spielen einfach aus dem grund weil ich wie heißt es weil ich den halt unterwegs mitnehmen konnte aber wenn du halt an der konsole gehockt hast und du wirklich nur ein oder zwei stunden hattest dann war das immer schon so ein kleines so eine kleine besonderheit wenn du dann halt schon 40 minuten an einem dungeon brauchst bei final fantasy und du danach nicht mehr weiterspielen kannst oder merkst okay ich kann theoretisch nur ein dungeon abgrasen da bin ich irgendwas ist da komisch irgendwas ist da nicht in ordnung soll ich da weiter ich bin mir nicht ganz sicher wie ich da weiter kommen sollte ich könnte nur gucken dass ich vielleicht mit einem doppelten feuer zauber da ein bisschen was frei brennen kann was ich eigentlich im Sumpf nicht verstehen also das klingt unlogisch in einem Sumpf weil da ist ja sowieso alles was da irgendwie an organischem material rum liegt eher ähm wie heißt's feucht und da sollte man mit feuer nicht so weit kommen nee na gut hab ich hier wirklich weiter gemacht der kleine sagt wenn ich hier lang gehe will er nicht mehr das ist eigentlich so ein kleines hinweis du gehst in die falsche richtung so weit bin ich schon okay hier geht's zur weltkarte das zieht das alles auch so ein bisschen natürlich gucken ob ich vielleicht hast machen kann aber hast gibt mir jetzt nicht die bewegungsgeschwindigkeit sondern nur die ausführungsgeschwindigkeit naja auf jeden Fall wenn die dungeons halt immer so lang gewarnt wurden war der fortschritt in dem spiel schon echt eine herausforderung sag ich ganz ehrlich weil immer pro tag nur ein dungeon bist du halt auch nicht so wirklich drin im spiel dann hat es immer noch so ein bisschen zeit aber du konntest nicht wirklich was machen außer halt am wochenende und daher habe ich mir gedacht gut bevor ich jetzt irgendwie voll im spiel bin und jetzt habe ich aber ein dungeon gemacht jetzt mache ich noch weiter jetzt habe ich Bock und dann kommt die mutter und sagt nee mein kleiner Graf du musst jetzt aber genug dachte ich mir dann alles klar ok dann spiele ich was anderes und lasse dieses Spiel dann einfach fürs Wochenende gelten muss ganz ehrlich sagen auf diesen Handel hatte sich meine Mutti dann auch eingelassen weil ich dafür dann auch immer gesagt habe ok dann gibt es keine Diskussion dann diskutiere ich halt nicht immer so nach dem Motto ich will aber noch ein bisschen pipapo sondern hab dann gesagt ok wenn ich das so machen kann und am Wochenende dann dieses Spiel spielen kann was halt ein bisschen länger braucht dafür im Gegensatz werde ich das heißt ausmachen was man als Kind nun mal gerne getan hat und damit konnte meine Mutter absolut leben alles klar und spielst du das vorhin in den Ferien dann kannst du ein bisschen länger machen alles gut nur das mit dem Abspeichern war immer so schwierig von daher musste ich dann auch ja das war am Anfang auch als man dann anfing die Spielstände zu speichern dass man beim nächsten Mal nicht wieder von vorne anfangen muss war damals noch nicht so sag ich ganz ehrlich da bin ich ja dann auch erst später reingewachsen das fing ja mit Pokémon erst an die anderen Spiele also meine Mutter hat ja auch ein bisschen Videospiele gespielt ab und zu mal aber das waren halt meistens so Mario Spiele die entweder selbst gespeichert haben oder aber auch die dann halt so Sachen selbst gemacht hatten wie zum Beispiel ja wo man halt nicht wirklich speichern musste da konnte man das Ding immer ausmachen Problem hierbei war einfach dass meine Mutti das einfach nicht gecheckt hatte dass das mittlerweile dass es manche Spiele gibt die diese Funktion nicht haben und da habe ich dann weil ich ja dann auch als Stoppelhopser immer hier die Zeit vergessen hatte habe ich mich dann mit meiner Mutti immer darauf geeinigt okay du kommst halt rein und sagst in 10 Minuten ist das Ding aus dass du dich darauf vorbereiten kannst oder 5 Minuten und da konnte ich dann zum Beispiel bei Pokémon schwierige Kämpfe oder so noch fertig machen und als hat dann so am Anfang so sperrig geklappt das ist wie mit allem was man neu was man neu anfängt das klappt bis zu einem gewissen Grad aber später ja wenn man sich dran eingewohnt hat so ein paar Mal dann hat das dann auch wunderbar geklappt also von daher ich habe so das Gefühl ich laufe im Kreis und komme nicht weiter die Artikelschrift der Selkis kann leider nicht gelesen werden okay wenn ich jetzt nochmal das nicht finden sollte dann mache ich ein kurzes Aufnahmepäuschen lese mich da ein um zu gucken was da zu machen ist weil irgendwie habe ich jetzt auch keine Lust eine Stunde im Kreis zu laufen weil ich einfach zu blöd bin mich entweder an den richtigen Weg zu erinnern oder irgendwas falsch mache was nicht klappt ähm ich glaube hier musstest du nämlich auch mit Zauber arbeiten das ist nämlich einer der letzten Dungeons und ich glaube nicht dass du einfach durchlaufen kannst ich kann mir nämlich vorstellen dass es hier bestimmt weiter geht von daher das ist halt auch der einzige Weg aber die Frage ist was gibt es hier noch zu finden nichts hier gibt es absolut nichts gar nichts was ich mir natürlich vorstellen kann ist bei diesem einen Teil wo wir auf dieses Floß gehen können was ein bisschen nach unten kommt auf der anderen Seite aber dann auch durch einen Busch den Weg versperrt von daher ist es alles ein bisschen schwierig ich gehe hier noch mal eine Runde in der Hoffnung irgendwas zu sehen was beim zweiten Mal zu sehen was ich beim ersten Mal übersehen habe ansonsten mache ich ein Päuschen und dann sehen wir uns wenn ich weiß wo es weiter geht wo ich noch nicht gewesen bin also so ein bisschen angenehm was das angeht muss ich noch mal um noch mal ein interessantes Thema aufzugreifen das ist ja wie gesagt Capture Original Gamecube Original Gamecube Spiel ist wegen die grottenschlechte Qualität aber über Konsolen läuft es einfach besser weil du einfach nebenher am PC viele viele Sachen machen kannst ohne jetzt permanent das Spiel zu pausieren oder raustappen zu müssen oder sonst was und von daher kannst du eigentlich wunderbar auch das ein oder andere dann halt nebenher mal nachgucken ohne dass das Spiel jetzt abbricht ohne dass du aus dem Fenster raustappen musst und das dann entweder stoppt wie bei manchen oder dann im Hintergrund läuft und Bildschirmaufnahmen hier und da und ja nicht alle es gibt viele Spiele natürlich aktuell auch gerade wegen dem Streaming die halt Borderless Windows äh Borderless Gaming wie heißt es unterstützen aber es gibt auch einige Spiele die das immer noch nicht so richtig hinkriegen und ja zum Beispiel die Dark Souls 1 Version also nicht die Remastered sondern die erste die das zum Beispiel nicht unterstützt hat und wenn du da raus tappst stoppt der Sound dann stoppt das Dingsbuch und jo ich glaube ich muss hier irgendwas machen deswegen würde ich die Aufnahme kurz pausieren sprich ich beende jetzt die Aufnahme und guck mal was ich mache und dann werde ich dann sehen wir uns beim Endboss dann machen wir es so dann schneide ich das so ein bisschen raus wir sind jetzt schon bei 50 Minuten das kann ich ja keinem Arsch antun wie ich hier das würde ich mir selbst auch nicht antun wie ich hier permanent hin und her laufe auch wenn es interessante Geschichten sind die ich zu erzählen habe hoffe ich zumindest dennoch wir sehen uns gleich macht's gut so und weiter geht's ähm ich voll die Dote hab einfach was vergessen und zwar ging's hier weiter sprich wenn du hier in diesem Wirrgarten bist ging's hier einfach weiter das hab ich halt übersehen hab ich übersehen Entschuldigung geht's auch weiter und ja super okay es ist ein bisschen schwierig da was zu finden weil Final Fantasy Crystal Chronicles durchaus nicht zu den beliebteren gehört und es ist einfach noch uralt und du hast einfach noch kein Remake davon und ja hier wird's schon ein bisschen düsterer und deswegen machen wir hier auch noch oh die halten aber jetzt ordentlich was aus das ist ein Vieh boah jetzt muss ich mich aber echt beeilen boah der ist hart Leute jetzt hab ich ein Problem kann ich ihn treffen vergiss es was macht der von passiv ist aber alter ich kann es vergessen so so perfekt das ist eigentlich perfekt vergiss es wenn du jetzt kein ernsthaften 50er für den Stress den ich mit dir hatte mein Freund so haben wir nicht gewettet so haben wir nicht gewettet na gut hier steht wieder irgendein Gefühl Mist ja meistens steht hier eigentlich nur ein bisschen die Geschichte der Selkis drin dass die hier einen neuen Pfad errichten wollten dass sie sich hier niederlassen wollten dass sie viele Leute verloren haben im Sumpf dass der nicht dass der Sumpf nicht so toll ist und so weiter und so fort also solche Sachen halt von daher jo ich hab's einfach total verkackt wie du willst jetzt nicht mehr jetzt geht's halt auch ja ach komm schon der frisst natürlich ne Menge warum will der Kleine den nicht mehr tragen andere Leute schaffen das in 39 Minuten bei dem Walkthrough so jetzt kommt nämlich der Zeitpunkt da brauche ich Engel glaube ich so warte mal hab ich hier wo hab ich denn hier Sanitas Engel kann ich das irgendwie mit nem anderen Zauber mischen Sanctus Untote materialisiert super das brauche ich dann sieht das nämlich alles ganz anders aus so jetzt aber ja seht ihr das sieht doch wunderbar aus so Phoenix Feder ein bisschen Money du willst ja das Ding nicht mehr tragen du Lümmel komm mal hier einfach mal weiter kannst du die Geld wieder nehmen oh das ist super das finde ich klasse oh geister total richtig interessant so ein wenig das ist nur ein Monster hier wir halten aber jetzt ordentlich aus wo kommt die jetzt aber auf die Schnauze immer schön oft du nicht Kupo du machst einen super Job doch manchmal geht es ein bisschen um den Sack das ist okay aber du machst einen super Job doch das muss man den kleinen echt lassen wunderbar da also hab ich mich umsonst mit denen gepügelt beim wahrsten Sinn des Wortes gut die haben sie noch ein bisschen Geld fallen lassen aber ganz im Ernst so viel war das jetzt auch nicht so mit Sanktus siehst du doch schon wieder ganz anders aus wunderbar okay Phoenixfeder ist immer so ein hin und her ne was haben wir denn hier wir haben viel zu wenig Gegenstände das ist das Problem finde ich ähm Engel Engel Sanitas hab ich doch schon okay zerstören benutzen das kann eigentlich weg so Sanitas Engel Engel ich hab zweimal Engel ich hab zweimal Engel warte mal ich geh noch auf Nummer sicher Engel Sanitas Sanitas okay das kann weg das kann weg zweimal brauche ich's nicht jetzt hab ich wieder ein bisschen Platz was haben wir hier Triumphwaffe oh da bin ich mal gespannt was das alles für Waffen sind so noch mal Feuer oh da können wir aber richtig okay wir brauchen Feuer 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 ist ganz gut und wir brauchen komm ich zeig euch das mal kurz warum eigentlich nicht wo haben wir es dann so auflösen ähm so nur mal ganz kurz um es euch mal zu zeigen wie geil die Zauber eigentlich sind so wo haben wir es das ist Feuer das ist okay das ist Feuer das ist schon mal ganz nice und jetzt aber oh Leute fasst euch fasst euch in die Hose ein lockert ne Gürtel aber bitte über dem das muss bleiben braucht ein bisschen können wir nicht so weit machen aber das ist Feuer Ladies and Gentlemen das ist wunderbar supi äh brauchen wir hier aber leider nicht ähm hier kommt wieder eine Phönixfeder hin hier kommt wieder Engel hin weil Sanctus Braumier als erstes oh ja der hat schon Feuer abgekriegt oh Vollgas natürlich super das macht ein ordentlich hat eine ordentliche Range macht ordentlich Aua ja mit Eis kann man das auch machen aber ich glaube Eis ist hier nicht ganz so stark ja leider ist hier alles voller Geister und die Frage ist was sind das für Geister sind es vielleicht Geister von den Bewohnern hier oder nicht ah da ist schon wieder so ein Riesenvieh boah das ist ja ein einfacher Zauber na komm her du Lümmel allein ist ja kein Problem ja super ich bin so schade dass da keine Dingsbums keine Artefakte droppt das ist ein bisschen ärgerlich das wäre super ich muss sowieso gleich nochmal gucken was ich hier noch so die Fakten besitze ok den Tuten da hinten den mache ich jetzt auch platt wunderbar und jetzt kommt der Große wieder da muss man aufpassen weil Feuer senkt nämlich auch die Verteidigung auch meine gegen Eis kommt so ein bisschen die Mühle das ist schon ein ordentliches Vieh komm mach mal deinen Dingsbums Brumse ernsthaft oh Rekalkum oh das ist nicht schlecht das ist ein gutes das ist ein gutes Eisen ich glaube das sogar besser als Mithril ah die Mithril Sachen die brauchen wir so an sich brauchen wir sie nicht aber die sind halt schon ganz nett weil die auch ein bisschen Asche geben so Sanctus wo liegt den Klein den Klein möchte ich gerne materialisieren ja das bringt nichts das bringt nichts das gefällt mir nicht mit Feuer gegen den zu kämpfen gefällt mir echt nicht aber ein bisschen weglaufen dann passt das schon so na komm das kriegen wir hin ok kriegen wir nicht hin ah komm ich hab noch eine Phoenix hier wollen wir mal ein bisschen was riskieren du kriegst hier viel zu viele Items ähm bevor ich die nächste Aufnahme starte werde ich definitiv mal an die Stadt gehen und mal gucken was ich hier alles wirklich brauche oder nicht warte mal ich hab einen Blitz zwei Blitz brauche ich nicht Donnerfäustlein Krötenfettfleisch benutze ich vielleicht mal hab ich das jetzt zerstört na gut ähm ich hab ein Eis zwei Eis brauche ich hier nicht Feuer behalte ich ähm Triumphwaffe Engel, Engel, Engel Sanitas, Engel brauche ich von daher bei Auricalkum bin ich halt wirklich nicht so sicher ob man das auch so kriegt oder nicht bin ich von da gekommen nein Donnerfäustling ja das sind alles Sachen die ich eigentlich nicht brauche aber die Frage ist bringt das Kohle warte mal wie viel Kohle hab ich eigentlich Geld neuntausend okay ähm dann werde ich folgendes machen dann kann ich das eigentlich alles zerstören Donnerfäustling und allem drum und dran alles was ich nicht brauche ja alles Brillenmacher Jux kann ich nicht übertragen weg so Triumphwaffe okay Auricalkum okay Heldenwaffe muss ich mal gucken was besser ist ähm Herstellung eines Schildes zerstören Haube Jux brauche ich nicht Donnerfäustling für Lilith brauche ich nicht Donnerfäustling für Lilith weg Mithrilrüstung habe ich so ähm Mithrilpanzer habe ich auch genau jetzt sieht es jetzt sollte ich eigentlich genug Platz haben nein nein scheiße das war nicht mein nein 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 oh diese ja komm komm Fifi komm bei Fuß komm mach Sitz nein du nicht du nicht du nicht nein ich gehe mich auf den Sack ich habe doch gerade ich habe doch gerade Wichtigeres zu tun ja genau das habe ich mir gedacht jetzt sind wir jetzt hinüber das ist soweit okay Sanctus komm ah das ist ärgerlich zwei von diesen Geisterpuddingen die sind echt mies kann ich irgendwie da so ein bisschen an dem vorbeilaufen und mich um den Geisterpudding zuerst kümmern das wäre super oh kleiner versteckter Bastard so ja was machst du jetzt 1 zu 1 du Lappen mit deinem scheiß Donner kannst du mich machen ja Kohle schön bringt mir gar nichts Kohle habe ich mehr als genug gab da noch Charaktere die richtig arm waren ja gut Donnerriemen das ist was für Selkis damit könnte die Jino was anfangen aber ich leider nicht deswegen ja komm ist egal ich habe genug Slots frei das sollte wunderbar laufen ähm jo ich habe keine Ahnung wie lange der Part jetzt insgesamt wirklich wird ähm aber wie gesagt ich nehme den Dungeon halt mit ich kenne die nicht 1 zu 1 deswegen Walktruise gibt es genug boah boah 8 Schläge hält der aus die sind echt nicht von schlechten Eltern so geht es hier weiter nein so an sich ist der Dungeon wenn man das einmal geschafft hat eigentlich relativ wenig ja von daher wie lange geht der eigentlich noch also es ist doch jetzt nicht muss ich sagen so gefühlt es ist doch schon ordentlich was der hier ablässt Phönixfeder brauche ich nicht so viele von hier habe ich doch noch einen Geist gesehen oder erstmal kümmere ich mich um dich okay da gibt es nix und provoziert auch keinen weiteren Kampf hier müllt mir mein Inventar sowieso nur zu Bronze ist okay aber jetzt auch nichts der Kampf das ist ne Schatzkammer ey Bruder gib mir zwei ab der hat da fünf ich glaube es geht los ähm das wäre zu einfach gewesen okay das war's mit dem Schatz ja das meinte ich yo muss aufpassen der vergiftet die Sau erstmal mit diesen beiden hier Sanctus der versteinert auch ganz gerne Vita Zauber jetzt kommt der nach vorne jetzt kannst du auch wieder draufhauen okay kannst du auch so ich frag mich bitte nicht wie das gehen soll aber ich hab mich am Anfang richtig schwer mit dem getan bis ich gemerkt hab yo na komm na jetzt komm her erst mal boah hier hast du echt Probleme ich glaube hier werde ich nur Phönix-Feder verwerben müssen nee ich kann ja noch Zeug nehmen boah haha Leute ich hatte selten so einen krassen Bosskampf boah okay okay ähm nee 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 erst mal Wunderwasser naja jetzt kann ich das ganze Zeug mal benutzen eigentlich gar nicht schlecht das benutze ich na komm her hier hinten ist mir relativ sicher ja komm na komm nach vorne na komm auf die Schnauze boah dass du die Sau nicht erreichst ja jetzt wo du unsichtbar bist jetzt wo du so ein scheiß Geist bist das macht ja richtig nervig da komm oh Gott sei Dank ja da war P59 hab ich das Gefühl wenn der sich wenn der den Sandtuchszauber abkriegt boah Leute boah boah was ein was ein Part was ein Part das kannst du aber glauben boah Leute aber den Tau der Myrae und ein neues Jahr schon Ich denke mal, ich mache die Dungeons alle ja, Final Fantasy einmal in der Woche kann man das mal machen. Und die Parts werden natürlich etwas länger, aber dafür einmal in der Woche so eine Premiere. Ist okay, ist okay. Puh. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen nebenher so spielen. Inventar mal reinhauen. Vielleicht noch mal ein paar What the fuck to grinden. Ins Tagebuch eingetragen. Post Coupé. Ich will auch so ein Blumenmuster für mein Coupé haben. Coupé. Bitte sehr, Coupé. Ich will auch so ein Coupé haben. Die sind goldig. Von Christi, der Mutter von Sascha einen Brief erhalten. Armes Kind. Jetzt bist du schon so weit weg von zu Hause und mir. Wir vermissen dich ganz doll. Bist du auch nicht einsam? Geht es dir gut? Hast du auch keinen Heimweh? Oh, Streifenapfel. Mir geht's bestens. Ich bin stark. Komm. Gegenstand beifügen. Oh, die Mutti hat uns sowas leckeres gegeben. Ähm. Komm, schick mir da immer eine Donnerkugel. Warum eigentlich nicht? So. Wird zugestellt. Coupé. Oh, Subi. Die Mutti macht sich Sorgen um uns. Das ist süß. Das ist goldig. Das ist schön. Doch, das ist ein schön. Ist an sich ein schönes Spiel. Vielleicht ein bisschen lang. Aber es ist also für Gamecube-Verhältnisse. Viele Gegenstände sammeln. Ja, hoffentlich. Ich habe alles mitgenommen, was ich konnte, Mann. Kann man das irgendwie skippen? Weil ich bin alleine. Da sind die Bonusbedingungen sowieso relativ egal. Na, komm. So, zum Glück. Oh, es gibt. Ich kann ein neues Herzchen holen. Oh, das wäre super. Ähm. Oh, Abwehr plus drei ist natürlich auch richtig gut. Ich glaube. Aber ein neues Sternemblem. So. Ähm. Sakura ist hier alles weg. Sekunde. Da muss ich mal meine Liste reingucken. Ich nehme auf jeden Fall das Herzteil-Upgrade. Extra-Tasche, Extra-Tasche Eisring. Ähm. Wo haben wir es dann? Wo haben wir es dann? Muss ich nochmal kurz gucken. Das ist ja alles ein bisschen schwierig. Stern-Emblem. Wo haben wir denn die ganzen Embleme? Ring, Extra-Tasche. Äh. Nein. Hier auch nicht. Ah, hier. Stern-Emblem. So. Stern-Emblem kriegt jetzt Herr Sascha. Ähm. Fehlt noch ein Sonnen-Emblem. Ja, das nehme ich. Ein Herzchen. Das ist super. Ich glaube, den Dungeon, den farme ich jetzt privat auch eh nochmal ein paar Mal ab. Weil der einfach richtig gute, ähm, wie heißt es, richtig gute Sachen hat. Ich glaube, jetzt wo ich weiß, wie der Weg ist, geht das sowieso relativ schnell. Wir trafen auf die königliche Karawane aus Alphitaria. Herr Rackt hatte vor der Karawane von der Karawane aus Mal gehört, die vom Schwarzen Ritter überfallen wurde. Er schien sichtlich schockiert und als wollte er für eine Tat Buße tun, die er nicht begangen hatte. Stellte er auf eigene Faust Nachforschung zum Schwarzen Ritter an. Doch der ist angeblich zusammen mit einem Missionar Richtung Sumpf verschwunden. Und wieder dieser Gardi. Anscheinend hatte er schon wieder etwas ausgefressen, wo er doch auf die Gutmütigkeit der Karawane angewiesen ist. Die Suche nach Reichtum in der Wüste der Leere. Eine Behausung der Schwere. Schon wieder ein seltsames Gedicht. Ob wir unser Geld je wiedersehen? Glauben wir nicht. Den haben wir ja gerettet. Der hatte nämlich eine Karawane abgezogen. Aber nicht so ganz geil mit dem. Können wir eigentlich das Outrunden nutzen. Aber egal. Wir trafen auf die königliche Karawane aus Alphitaria. Die Liliths waren schon immer ein stolzes und selbstbewusstes Volk. Der Anführer der königlichen Karawane, Herr Solracht, schien besonders gerne der Nostalgie zu verfallen. Dabei hat er diese Zeit doch selbst gar nicht erlebt. Naja, aber zu den Liliths ist er immer besonders freundlich. Und verschenkt gerne Gegenstände. Und wieder trafen wir auf die Streifenräuber. Dieses Mal kreisten sie uns strategisch ein und verlangten voller Übermut, dass wir ihnen unsere gesamten Wertgegenstände überlasten. Es ist zwar nicht unsere Art, aber dieses Mal gingen wir mit brachialer Gewalt vor. Hoffentlich ist dem armen Mogri nicht ernsthaft etwas passiert. Die königliche Karawane aus Alphitaria, das sind mir ziemlich häufig begegnet, und der Karawane aus Mahl stritten sich mitten auf der Kreuzung um die Vorfahrt. Offensichtlich gibt es auch unter den Liliths so etwas wie Lokalpatriotismus. Die Landbevölkerung scheint sich nicht sonderlich gut mit den Stadtbewohnern zu verstehen. Nun ja, sind hier auch beinahe zwei verschiedene Welten. Ja, mal sind die ländlichen Liliths und die königlichen sind halt die städtischen Dämonenstädte. Ein Hort für intelligente Monster. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Karawanen diesen Ort erreichen, sind sie meist erschöpft und des Reisens müde. Die Monster dort waren gerissen und boshaft. Sie kannten weder Recht noch Gnade und arbeiteten sogar zusammen, um uns bis zum bitteren Ende zu jagen. Eine wunderschöne Musik führte uns zu den beiden Selkis aus Luda. Sie konnten ihrer Freude aufs Kristallfest kaum Einhalt gebieten und tanzten frohlockend am Straßenrand. Die Musik, der graziöse Blütentanz und die Erinnerungen an die Kristallfeste zu Hause. Und ehe ich mich versah, hatte ich selbst das Tanzbein geschwungen. Die verlorene Stadt Rebenatera, eine von Dämonen und bösen Geistern errichtete Stadt. Heute ist Rebenatera eine tote Stadt, die höchstens von Geistern bewohnt wird, die vergeblich ihren Weg ins Paradies suchen. Nachdem wir den Todbringer geschlagen hatten, verstummten auch sie und es sah aus, als sei wieder Frieden in die Stadt der Untoten eingekehrt. Wir erreichten Uconal Courage. Es muss die reinste Knochenarbeit gewesen sein, all die Stege zu legen, um den Sumpf begehbar zu machen. Am Rande des Sumpfes erwartete uns der Drachenzombie. Vermutlich haben seinerzeit die Selkis gegen das noch lebende Ungeheuer gekämpft und nach einer neuen Heimat gesucht. Der Myreebaum war das einzige, was in dieser trostlosen Landschaft Farbe und Leben ausstrahlte. Das vierte Jahr ist vorüber. Unsere Erwartungen auf neue Begegnungen und die Freude auf neue Abenteuer schwinden mit unseren Erinnerungen. Werden die zukünftigen Reisenden nur aus der Aufgabe bestehen, den Tal der Myree nach Hause zu bringen? Wenn ja, werden sie von Trübsinn geprägt sein. Doch ich muss meinen Blick nach vorne richten und die Vergangenheit ruhen lassen. Jo, das war das vierte Jahr. Wasser, Erde, Wind und Feuer. Das machen wir aber beim nächsten Mal. So, jetzt will ich aber nochmal speichern. Das kann ich nur in der Oberwelt, ne? Ach, das ist ärgerlich. Ja, ich werde mit denen gleich, werde ich alles nochmal sprechen. Die haben uns eigentlich nicht viel groß zu sagen. Ähm, Papi gibt uns ein bisschen Kohle und haste nett gesehen. Aber, das werde ich alles offscreen machen. Von daher passt das schon. Jetzt mache ich nämlich das noch mit. Ich glaube, der Opa sagt uns noch irgendwas. Man kann dich auch endlich speichern. Wie jedes Jahr muss ich dich auch dieses Jahr auf eine lange Reise schicken. Mit jeder Reise scheinst du zu wachsen und an Erfahrung und Reife zu gewinnen. Mittlerweile ist es ja fast Tradition, dass ich dir vor dem verschollenen Jüngling erzähle. Mit der Hilfe des Ritters soll er in die Lunari-Wüste gegangen sein. Der König der Stachel, vor allem der Größte, bis ein Blitz ihn erlöste. Der erzählt uns jetzt was. Die Suche nach Reichtum in der Wüste der Leere. Eine Behausung der Schweden. Die vielen Erzählungen über das ultimative Element zeigen alle in Richtung Lunari-Wüste. Auch das Gedicht und diese letzten Zeilen stammten in dem Brief. Was hat ihn nur dazu veranlasst, über das weite Meer zu segeln? Sollte es sich nicht vermeiden lassen, diesen Ort zu besuchen, dann betrete ihn mit Vorsicht und pass auf, dass nicht auch deine kostbaren Erinnerungen im Staubigen samt der Dünen untergehen. Lebe wohl! Ja, jetzt können wir auch über das Meer fahren. Da sind zwei neue Dungeons offen. Mache ich aber ein andermal. Damit der Part endlich vorbeigeht. Und ich mal speichern kann. Schade, dass es keine Autospeicherfunktion hat. Aber na gut. So, Steckplatz A. Speichervorgang beendet. Und damit herzlich willkommen zum Endscreen von Final Fantasy Crystal Chronicles. Es war wieder ein schöner Part. Ein weiteres Jahr ist zu Ende gegangen. Wir haben den Dungeon... Äh, Koral... Äh, Koral... Was? Kornal... Kurash... Fertig gemacht. Das war auch Zeit. Da gibt es coole Dungeons. Deswegen weiß ich... Also coole Items. Deswegen weiß ich nicht so ganz, ob ich... Ähm... Wie heißt's? Ob ich das machen möchte. Ähm, ob ich da viel... Also jetzt coole Items. Coole Artefakte da. Deswegen will ich den Dungeon nochmal ein bisschen abgrasen und abfahren. Die Frage ist halt nur... Ja... Hab ich die Ausdauer, den Dungeon 5, 6, 7, 8, 9 mal zu machen? Aber diese, ähm... Ähm, Ähm... 這些, ähm... Ähm, die ich dort findee... Kylo Arme 3, 8L, 9-8L, 1-8L, ist es schon echt nicht schlecht! Also Abwehr... und... Eingriff würde ich gerne dem Sascha noch geben. Alle andere heute sind relativ... optional. Zumindesten... Es ist das Sonnenheblamm... Würde ich dem gern auch noch geben. Oder Zweiteres Artefaktes有一群 일단 Seg boarders coule! Ähm... Und bei ein paar Taschen gibt es auch zwei Stückchen mehr eingestellt, Ich hoffe, euch hat dieser Part wie immer gefallen. Macht's gut. Ciao. Mitfahren. Bis zum nächsten Mal.